Herzlich willkommen zu diesem StoneWars.de Video. Ich möchte euch heute einen Überblick über alle Lego Brickheads geben, die es jemals gegeben hat, also die veröffentlicht wurden und die, die angekündigt wurden und natürlich auch die, die gerade gerüchteweise im Internet besprochen werden. Also einfach einen gesamten Überblick über alle. Ja, und dabei möchte ich gerne nach den offiziellen Brickheads-Nummern vorgehen. Also nicht nach den Set-Nummern, sondern den Brickheads-Nummern. Und da die ersten Brickheads noch keine Nummer haben, steige ich dann bei denen ein, die zuerst erschienen sind. Und das, ja, tue ich jetzt. Und damit geht's los. Das erste Brickheads-Set, was erschienen ist, hat die Set-Nummer 41490 und besteht aus Superman und Wonder Woman. Das Ganze ist im Juli 2016 erschienen, aber nicht einfach im freien Verkauf, sondern auf der San Diego Comic-Con und konnte nur exklusiv da gekauft werden. Dementsprechend sind jetzt natürlich auch die Preise für diese Sets. Wie gesagt, eine Brickheads-Nummer gibt's hier noch nicht. Das zweite Set ist ebenfalls ein San Diego Comic-Con-Exklusiv aus dem Juli 2016 mit der Set-Nummer 41491, bestehend aus Batman und dem Joker. Und für das nächste Set wechseln wir einmal das Comic-Universum rüber zu Marvel, zu Iron Man und Captain America in der Set-Nummer 41492, ebenfalls ein San Diego Comic-Con-Exklusiv von 2016. Und das gleiche gilt für die Set-Nummer 41493, Doctor Strange und Black Panther. Damit genug der San Diego Comic-Con-Exklusivs, jedenfalls vorerst. Wir steigen ein beim ersten frei verfügbaren Brickhead-Set mit der Set-Nummer 41585 und der Brickhead-Nummer 1. Im März 2017 ist es erschienen, nämlich Batman. Ja, das gehört zu den Brickhead-Series 1, also der ersten Brickhead-Serie. Das ist wunderbar zu erkennen an der bedruckten 2x4-Fliese mit der roten 1. Davon kommen nämlich jetzt noch ein Paar. Das zweite ebenfalls DC Comics Brickhead-Nummer 2, Batgirl mit der Set-Nummer 41586. Dann passend dazu Robin, Brickhead-Nummer 3 mit der Set-Nummer 41587 und natürlich The Joker mit der Brickhead-Nummer 4 und der Set-Nummer 41588. Wir wechseln wieder das Comic-Universum, diesmal wieder rüber zu Marvel. Die Brickhead-Nummer 5 ist Captain America mit der Set-Nummer 41589, ebenfalls erschienen im März 2017 in der Series 1. Genauso wie Iron Man mit der Brickhead-Nummer 6, Black Widow mit der Brickhead-Nummer 7 und der Hulk mit der Brickhead-Nummer 8. Und jetzt wechseln wir das Thema einmal komplett weg von dem typischen Comic-Universum Brickhead, die es bisher nur gab. Nämlich die Brickhead-Nummer 9 ist Captain Jack Sparrow von Fluch der Karibik. Er ist ebenfalls Teil der Series 1 der Brickheads und hat die Set-Nummer 41593 und darauf folgend direkt mit der Brickhead-Nummer 10 Captain Salazar aus dem gleichen Film. Natürlich auch Fluch der Karibik Teil 5 war das, glaube ich. Habe ich nicht gesehen, war nicht so gut. Ja, Brickhead-Nummer 11 ist dann Belle aus dem Disney-Theme, beziehungsweise aus The Beauty and the Beast, Die Schöne und das Biest. Ebenfalls Teil der Series 1 der Brickheads mit der Set-Nummer 41595 und passend dazu natürlich auch das Biest mit der Brickheads Nummer 12. Und jetzt werden alle Brickheads-Fans wieder ein paar Tränen in die Augen kriegen, denn an die kommt ihr wahrscheinlich nicht. An die Brickheads mit der Nummer 13 und 14, die Set-Nummer 41496, ist nämlich wieder ein San Diego Comic-Con-Exklusiv. Diesmal aber aus dem Jahr 2017, nämlich Supergirl und der Martian Manhunter. Wir kriegen wieder ein San Diego Comic-Con-Exklusiv und wieder Comic-Universum, diesmal Marvel, nämlich Spider-Man und Venom mit den Brickheads-Nummern 15 und 16 und der Set-Nummer 41497. Ebenfalls SDCC-Exklusiv aus dem Jahr 2017 und dementsprechend hoch sind die Preise hier in Deutschland im Internet. Jetzt wird es wieder ein wenig einfacher, beziehungsweise war ein wenig einfacher zu bekommen. Release im November 2017, Brickheads Nummer 17, Lloyd von Lego Ninjago oder Ninjago. Das war theoretisch ein Exclusive, ihr erkennt es auf der bedruckten Platte. Das heißt, es war exklusiv bei Toys R Us und Lego im Verkauf, zumindest war das in den USA so. Hier zu Lande bin ich mir nicht ganz sicher, wie es bei Toys R Us war, aber definitiv gab es die einfach im Lego-Store und im Lego-Online-Shop zu kaufen. Von daher nicht so schwer zu bekommen, genauso wie der nächste Master-Woo mit der Brickheads Nummer 18, ebenfalls Teil von Ninjago. Und jetzt kommen wir zu unser aller Lieblings-Lego-Thema, zumindest zu meinem Lieblingsthema, nämlich Lego Star Wars. Finn mit der Brickheads Nummer 19 und der Set Nummer 41485, Release ebenfalls im November 2017. Und theoretisch war das ein Exclusive, denn so steht es auf der schönen bedruckten Fliese. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wo das Ganze exklusiv gewesen sein soll, denn meiner Meinung nach war es hier in Deutschland und sogar in den USA frei verfügbar. Auf jeden Fall in den Lego-Stores. Vielleicht war ursprünglich mal geplant, dass es ein Exclusive in den USA wird, zum Beispiel bei Walmart oder Target. Das Ganze ist nicht zustande gekommen, man hat die Fliese einfach behalten. Wie auch immer, es sieht schick aus, aber hat meiner Meinung nach hier nicht so viel zu bedeuten. Wenn ich da falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Passend zu Finn bekommen wir natürlich auch Captain Fasma mit der Brickheads Nummer 20 und der Set Nummer 41486. Und wir wechseln wieder weg von Star Wars zurück zu den DC Comics und dem Beginn der Series 2, also der zweiten Serie der Brickheads, nämlich The Flash mit der Brickhead Nummer 21 und der Set Nummer 41598. Anlässlich des großartigen Kinofilms Justice League ist nämlich diese Brickhead-Serie erschienen. Als nächster Teil davon natürlich Wonder Woman mit der Brickheads Nummer 22 und der Set Nummer 41599. Wonder Woman übrigens wirklich ein guter Film. Justice League, not so much. Passend dazu auch Aquaman mit der Brickheads Nummer 23 und der großartige Cyborg mit der Brickheads Nummer 24. Ebenfalls natürlich alle Teile des Series 2 Release im Dezember 2017. Es geht wieder weiter mit Star Wars mit einem Release im Januar 2018, nämlich Rey mit der Brickheads Nummer 25 und der Set Nummer 41602, gefolgt von ihrem Best Buddy Kylo Ren mit der Brickheads Nummer 26 und der Set Nummer 41603. Und dann gab es die auch nochmal im Doppelpack, nämlich als Target-Exclusive in den USA. Also die Brickheads Nummern sind gleich geblieben, 25 und 26, nur die Set Nummer hat sich verändert auf 41489. Ansonsten ist da auch nichts Besonderes bei gewesen, meiner Meinung nach nicht mal die Fliesen anders bedruckt. Das heißt, es gibt nur eine andere Umverpackung. Wer die haben will, man kann die halbwegs günstig über Ebay, glaube ich, bestellen oder Bricklink. Schaut einfach mal nach, aber das lohnt sich ja sowieso nur für die Leute, die das Ganze boxt sammeln und die dann unbedingt auch die Doppelbox haben wollen und nicht nur die beiden Einzelboxen. Jetzt kommt der heilige Gral vieler Brickhead-Sammler, würde ich sagen, nämlich Boba Fett und Han Solo in Karbonit mit den Brickheads Nummern 27 und 28. Die waren nämlich ein New York City Comic Con Exclusive im Oktober 2017 mit der Set Nummer 41498 und wurden da auch nur verlost, waren also nicht im freien Verkauf. Das heißt, man musste schon wirklich Glück haben und dann noch Geld ausgeben, um an dieses Set ranzukommen. Entsprechend sind die Preise jetzt im Internet, die liegen meiner Meinung nach alle über 200 Dollar. Vielleicht findet man auch mal eins unter 200 Dollar, zumindest immer dann, wenn man es natürlich in der Originalverpackung haben will. Ja, damit wir uns das nicht zu lange angucken müssen und eine Träne in die Augen bekommen, gehen wir zu dem Set, auf das jeder gewartet hat, als er an Brickheads gedacht hat. Nämlich die Valentinstagsbiene mit der Brickheads Nummer 29 und der Set Nummer 40270. Release schon im Dezember 2017, schön Vorlaufzeit für den Valentinstag und ja, das Theme hier ist Feiertage, beziehungsweise es hat ein Seasonal dementsprechend gekennzeichnet, ist auch die Fliese. Und ja, wer hat nicht auf die Valentinstagsbiene gewartet, genauso wie das nächste Set der Osterhase. Brickheads Nummer 30, Set Nummer 40271. Release war im Februar 2018 wieder natürlich ein Feiertag, Brickheads mit so einem Seasonal Druck auf der Fliese. Und weil das noch nicht genug ist, wird es in Zukunft noch mehrere von diesen Seasonal Brickheads geben. Nämlich noch eine Hexe, ein Truthahn und Mr. Klaus sowie Mrs. Klaus mit den Setnummern 40272 bis 40275 und den Brickheads Nummern 31 bis 34. Die erscheinen so jetzt noch im Jahr 2018. Die Hexe wahrscheinlich mit etwas Vorlauf zu Halloween, der Truthahn mit etwas Vorlauf zu Thanksgiving und dann Mr. und Mrs. Klaus mit etwas Vorlauf zu Weihnachten. Naja, schauen wir mal, wie die werden. Verkaufen sich bestimmt ganz gut, sind aber jetzt für diejenigen, die popkulturell orientiert sind und deshalb die Brickheads sammeln, wahrscheinlich nicht so die allerwichtigsten Brickheads. Gehen wir ganz schnell weg davon, zurück zum Thema Marvel. Im April 2018 erschienen mit der Brickheads Nummer 35, Iron Man Mark 50, also der Iron Man, den wir im neuesten Avengers-Teil sehen. Mit der Setnummer 41604 und natürlich sein Gegner Thanos mit der Brickheads Nummer 36 und der Setnummer 41605. Achso, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Bei Sonstiges seht ihr jetzt, steht da nichts mehr. Die Fliese, die nämlich noch die letzten Brickheads hatten, ist ab Iron Man Mark 50 verschwunden. Man munkelt, es ist um Geld zu sparen, man weiß es nicht. Jedenfalls ist das jetzt nicht Brickheads Series 3, sondern einfach ein Brickheads. Wahrscheinlich hat Lego auch keine Lust mehr, sich so sklavisch an dieses Series zu halten. Deshalb hat man die Fliese einfach weggenommen und ab jetzt werden die Brickheads wahrscheinlich nicht mehr diese Fliesen haben, es sei denn, es handelt sich um irgendwelche Exclusives. So, wir waren bei Thanos stehen geblieben, wir kommen jetzt zu Star-Lord mit der Brickheads Nummer 37, der Setnummer 41606 Release im April 2018. Und als letzte Figur passend zum neuesten Avengers-Film Brickheads Nummer 38, Gamora mit der Setnummer 41607. So, es geht wieder weiter mit Star Wars zum Release vom Solo-Solo-Film, nämlich die Setnummer 41608, Han Solo, höchstpersönlich mit der Brickheads Nummer 39, auch ohne Fliese, wie ihr seht. Und natürlich passend dazu Chewbacca, der eher aussieht wie ein kleines Hündchen mit der Brickheads Nummer 40 und der Setnummer 41609. Jetzt beginnt bei Lego die Zeit der Doppelpacks, weil wenn man zwei Figuren doppelt für den Preis verkauft wie zwei einzelne Figuren, muss man aber nur einmal eine Verpackung machen und spart dadurch Geld, passend noch zu der fehlenden Fliese. Kommen jetzt erstmal einige Doppelpacks. Die Brickheads Nummer 41 und 42, Tactical Batman und Superman mit der Setnummer 41610 Release war jetzt ganz jüngst im Mai 2018 natürlich die C-Comics. Und dann eine Überraschung für viele Leute, was mich sehr gefreut hat, nämlich die Back to the Future Brickheads mit Marty McFly und Doc Brown und den Brickheads Nummer 43 und 44, die Setnummer 41611 Release ebenfalls im Mai. Ja, dann The Incredibles, Mr. Incredible Höchstpersönlich und Frozone mit der Setnummer 41613 und den Brickheads Nummern 45 und 46 und passend zum Kinofilm Release von Jurassic World, Owen und Blue mit der Setnummer 41614 und den Brickheads Nummern 47 und 48. Jetzt kommen wir zu den zukünftigen Releases, die denn da angekündigt sind und das erste davon wäre Harry Potter und Hedwig aus dem Lego Wizarding World Theme, nämlich Harry Potter natürlich, um genau zu sein. Mit dem Brickheads Nummer 49 und 50 und der Setnummer 41615 Release wird dann im Juli sein und ebenfalls im Juli das Release von Hermine Granger mit der Setnummer 41616 und der Brickheads Nummer 51. Theme steht hier Star Wars, absoluter Quatsch, ist ein Fehler, ist natürlich Wizarding World Harry Potter. Dann geht es weiter, ebenfalls im Juli wird herauskommen Elsa, Disney beziehungsweise Frozen Theme und Brickheads Nummer 52 mit der Setnummer 41617 und als Doppelpack wieder Anna und Olaf mit den Brickheads Nummern 53 und 54 in der Setnummer 41618 Release ebenfalls im Juli. Dann geht es wieder rüber zu Star Wars, wir bekommen den dunklen Lord höchstpersönlich, also nicht den von Harry Potter, sondern den von Star Wars, nämlich Darth Vader mit der Setnummer 41619 und der Brickheads Nummer 55 Release, so wie es jetzt aussieht, noch im Juli. Und passend dazu natürlich der Stormtrooper mit der Brickheads Nummer 56 und der Setnummer 41620 Release wahrscheinlich auch im Juli, kann auch August werden, ein ganz offizielles Release-Datum für Deutschland gibt es noch nicht. Jetzt kommt eine Lücke, nämlich die Brickheads Nummer 57, 58 und 59. Ich habe keine Ahnung, was da kommen wird. Danach sind nämlich noch einige Brickheads angekündigt, wo auch die Brickheads Nummern schon dank Bilder im Netz offiziell bekannt sind. Allerdings 57, 58 und 59 fehlen. Vielleicht ist es irgendwo ein Fehler von Lego, das wäre ja nicht ganz auszuschließen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was es für Setnummern sind, zu welchem Theme sie gehören und wann das Release stattfinden soll. Ja, wir werden es sehen und lassen uns überraschen. Die Brickheads Nummern 60 und 61 kommen dann wieder aus der Wizarding World, nämlich Harry Potter bestehend. Und ja, dieses Set, also 41621, besteht dann aus Ron Weasley und Albus Dumbledore. Und um nochmal ein neues Franchise reinzubringen, was wir von Lego schon kennen, Ghostbusters, Brickheads, Peter Venkman und Slimer mit den Brickheads Nummern 62 und 63 und der Setnummer 41622. Jetzt kommt das letzte Brickhead-Set, zu dem wir schon offizielle Infos haben. Die Setnummer ist ja leider falsch, das ist nämlich 41623 und nicht 41622. Die Brickheads Nummern 64 und 65. Irgendwann 2018 werden erscheinen Ariel und Ursula aus dem Disney Theme beziehungsweise von Ariel. Das war's an den Brickheads, die wir bisher quasi offiziell angekündigt haben und wo wir uns sicher sein können, dass sie kommen. Obwohl auch bei einigen der nächsten Brickheads können wir uns sicher sein. Ich blende die Liste einfach mal ein. Das ist das, was uns in Zukunft erwarten wird. Nämlich schon im Lego-Katalog angekündigt sind Mickey Mouse und Minnie Mouse mit den Setnummern 41624 und 41625. Das heißt, zwei einzelne Brickheads werden da kommen. Dann wird gerüchteweise noch ein Doppelpack aus Rocket und Groot erscheinen. 41626 ist die Setnummer. Und ebenfalls dann gerüchteweise erscheinen noch Luke und Yoda im Doppelpack 41627. Prinzessin Leia 41628 und Boba Fett 41629. Wobei man sich gerade bei Prinzessin Leia und Boba Fett natürlich nicht ganz sicher ist. Aber die Gerüchteküche deutet aktuell ganz klar in die Richtung. Walmart hat uns schon verraten, dass wahrscheinlich passend irgendwann zu Weihnachten Jack Skellington und Sally aus The Nightmare Before Christmas erscheinen werden mit der Setnummer 41630. Wieder ein Doppelpack und die Gerüchteküche verrät uns noch, dass Newt Scamander zusammen mit irgendeiner Minifigur oder irgendeiner Lego-Figur aus der Wizarding World. In diesem Fall dann aber nicht Harry Potter, sondern eben Fantastic Beasts erscheinen wird mit der Setnummer 41631. Wer eben ganz genau aufgepasst hat, der hat gesehen, dass zwischen den Setnummern 41611 und 41613 die 41612 gefehlt hat. Das sind nämlich Steve und Creeper, bekannt aus Minecraft. Da ist schon lange eigentlich ein Doppelpack angekündigt aus BrickHeads. Aber die sind bisher einfach nicht erschienen. Die haben auch noch keine BrickHeads-Nummern, aber die Setnummer oder der Setnummer nach zu urteilen, sollten die ursprünglich mal vorher rauskommen. Sind sie aber bisher nicht. Ob es da vielleicht Produktionsprobleme gab oder ob man mit der Optik nicht zufrieden war, ich weiß es nicht. Aber was sollte einfacher zu bauen sein als BrickHeads von Minecraft-Figuren? Naja, irgendwann werden sie wohl auch noch erscheinen. Wenn es sei denn, Lego merkt, dass das Interesse an Lego Minecraft nicht mehr gegeben ist, dann fallen die vielleicht auch einfach mal irgendwann unter den Tisch. Ja, zum Ende des Videos kommen wir noch zu diesen beiden Kollegen hier. Die haben keine BrickHeads-Nummern und sind auch nicht so wirklich offizieller Teil der BrickHeads. Aber es gibt natürlich noch links zu sehen das Go-Brick-Me-Set, was man jetzt gerade bei Lego kaufen kann, mit 708 Teilen, wo man sich quasi selber als BrickHead nachbauen kann. Ähm, coole Idee. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Funktioniert natürlich, wenn man irgendwie besondere äußere Merkmale hat, wahrscheinlich ganz gut. Ähm, wenn die fehlen, dann könnte es ein bisschen schwierig sein. Naja, ähm, und ganz rechts dann im Bild ist noch Nonny zu sehen. Nonny war ein Polybag mit 61 Teilen, was bei der Lego Inside Tour 2017, ähm, als quasi Giveaway mitgegeben wurde. Diese Tour ist sauteuer und man kann die jedes Jahr in Billund machen. Ähm, ja, und das war eben im Prinzip Teil der BrickHeads, hat aber keine offizielle BrickHead-Nummer und dementsprechend würde ich es auch nicht dazu zählen. Aber ich möchte es natürlich nicht unerwähnt lassen. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Ähm, und, ähm, ich hoffe, ich habe euch einen guten Überblick geben können. Nun ist es in der Natur dieses Videos, dass wenn ich es heute hochlade und, ähm, bei der aktuellen Geschwindigkeit wie Lego anfängt, BrickHeads anzukündigen, wenn ich es heute hochlade und ihr es morgen schaut oder übermorgen schaut, dann sind schon wieder fünf neue BrickHeads angekündigt oder es hat sich irgendwas geändert oder es gibt neue Gerüchte. Dementsprechend findet ihr unter dem Video einen Link zu stonewars.de slash BrickHeads. Da wird, ähm, da ist eine Tabelle zu finden und die wird immer aktuell gehalten. Das heißt, ähm, alle paar Tage wird die dann aktualisiert, wenn es irgendwie neue Ankündigungen zum Thema BrickHeads gibt, weil ich nicht jedes Mal Lust habe, ein neues Video zu machen, wo ich alles einquatsche. Schaut also auf stonewars.de slash BrickHeads vorbei. Da findet ihr dann eine Übersicht zu allen bisher verfügbaren BrickHeads. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ähm, wenn euch diese Art von Video interessiert und, äh, ihr davon gerne mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ähm, wenn ihr keine News zu Leo Star Wars oder Reviews oder Speed Builds oder was auch immer mir noch so einfällt, was ich hier videotechnisch mache, verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ansonsten, ähm, schreibt mir in die Kommentare, worum ihr definitiv nicht abonnieren wollt. Gebt einen Daumen runter, was man so machen kann bei YouTube. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.